Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 10. Januar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1146 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Sammelklage, Meta, Acara, WordPress, Apple Fitness Plus und Sonos. Ich starte zuallererst mit einer Sammelklage und die geht an die beiden CEOs, aber auch die beiden Firmen. Zum einen ist es Apple, zum anderen ist es Google, zum einen ist es Tim Cook und zum anderen ist es Sunder Pichai. Wie er auch immer ausgesprochen wird, der liebe Chef von Google aktuell. Ja, um was geht es da? Es geht um die Geschichte zwischen Apple und Google. Google gibt Milliarden aus im Jahr, um die Top-Suchmaschine und der Safari zu sein. Das stösst einigen sauer auf und deshalb möchte man das Ganze ein bisschen aufweichen. Zum einen möchte man wissen, was da alles fliesst. Man sagt, die beiden haben sich regelmässig in geheimen Treffen, in geheimen Orten getroffen und sich ausgetauscht und die Milliarden hin und her geschoben. Aber man hat auch quasi ein Konkurrenzverbot gemacht. Also wahrscheinlich denke ich, geht es darum, dass Apple gesagt haben soll, dass sie keine eigene Suchmaschinen machen, dafür aber das Geld von Google kassieren und umgekehrt. Oder keine Ahnung. Ich bin da sehr gespannt. Was mir eher weniger gefällt, ist das, worauf die Klageschrift hingehen soll. Zum einen soll sie Google auseinandernehmen, aber auch Apple. So wie damals, wer waren das? Exxon, Mobile, dann Kokong oder Microsoft und andere, die dann hätten auseinandergeschraubt werden müssen und oder sogar geworden sind. Ich bin jetzt mal ganz gespannt, wie das Ganze ausgeht und vor allem, was da dann vielleicht für interne Zahlen mit rauskommen. Weiter geht es mit Meta und deren VR-Betriebssystem. Nämlich hat Meta, also vornehmlich, wir nennen es ja nach wie vor Facebook, einem eigenen Betriebssystem für AR- und VR-Brillen gearbeitet. Das System hört auf den Namen X-ROS und ist eventuell tot und oder auch nicht. Wie auch immer, es hätte die Grundlage eben für zukünftige Brillen für beide Plattformen sein sollen. Und wäre eine Weiterentwicklung des auf Android-basierten Betriebssystems, welches aktuell für die Quest und für die Oculus genutzt wird, sein sollen. Seit 2017 sind über 300 Mitarbeiter an dem Projekt beteiligt und anscheinend, so Menschen, die da ein bisschen mehr Einblick haben, soll das Ganze schon per November letzten Jahres eingestellt worden sein. Die Gerüchte entstanden dadurch, dass einige Leute aus dem Team von X-ROS, unter anderem der Lead vom ganzen Mark Lukovs, ich sollte aufhören Namen vorzulesen, Lukovsky, genau, der soll nämlich zu Google gewechselt haben auf eine ähnliche Plattform, also im Betriebssystem für Brillen und solche Geschichten. Mal schauen, woran das ist und wann dann die erste richtige Brille kommt und nicht nur die mit Ray-Ban in Kooperation und so weiter von Facebook und Co. logischerweise. Weiter geht's mit Acara. Die kündigen ja regelmässig neue Produkte an. Neu kommen ein Tür- und Fenstersensor und ein Bewegungssensor, die relativ ähnlich zu den alten sind, zumindest ein Bewegungssensor. Die Tür- und Fenstersensor ist ein bisschen mehr abgerundet, ein bisschen schlanker, so wie es ausschaut. Aber die eigentliche Neuigkeit ist, dass die auf Threads setzen. Die neue Schnittstelle oder neue Möglichkeit im Bereich des Smart Homes, um das Netzwerk zu vergrössern, mehr Geräte miteinander besser zu konfigurieren oder besser gesagt untereinander zu vernetzen. Und schlussendlich soll das auch, und jetzt sind wir dann fast schon bei der kurzen Nachlese von der CES, viele der Geräte sein, die dann auch Matter unterstützen. Das gab es an der CES nämlich ganz häufig. Neue Fernseher, neue Router, neue irgendwas, neue sowieso und neue alles. Hauptsache Matter ist drin. Ich bin ja gespannt. Die CES steht ja ein bisschen für Dinge, die im zweiten halben Jahr und oder gar nicht kommen. Mal schauen. Ich warte noch auf mein liebes Matter. Für alle Blog-Betreiber, Content, Management-System-Betreiber und oder auch Podcaster da draussen, euer WordPress, das ihr eventuell nutzt, weil es ja die meisten nutzen in dem Bereich, das hat ein neues Update bekommen. Auf die Version 5.8.3 ist es geupdatet worden. Wer es nicht auf automatisch gestellt hat, wie ich zum Beispiel, der darf da manuell nachhaken, unbedingt installieren, sind vier sicherheitsrelevante Probleme, die behoben sind und jetzt nicht mehr da sind. Dann gibt es Neuigkeiten genau für eben diesen 10. Januar, also für heute. Apple Fitness Plus hat kräftig aufgebaut. Seit letztem, ich glaube es war Dezember, gibt es ja das Ganze auch für Deutschland, Schweiz und Österreich. Also zumindest Deutschland und Schweiz. Österreich bin ich mir gar nicht ganz so sicher. Liebe Hörerinnen aus Österreich, lasst mich doch wissen, gibt es bei euch Apple Fitness Plus auch? Genau, da wird fleissig ausgebaut. Es kommen neue Collections, neue Zeit fürs Laufen und mehr neue Möglichkeiten dazu. Bei den Collections sind es zusätzliche Trainingseinheit und Sammlungen, Meditation oder Mediationen, besser gesagt, sind 30 Tage Core-Herausforderungen, Möglichkeiten, um Pilates zu verbessern, eine bessere Balancehaltung im Yoga zu bekommen und so weiter und so fort. Was sicherlich sehr spannend ist für alle, die auch gerne mal zwischendurch ein bisschen Audio in englischer Sprache konsumieren. Zeit fürs Skien ist ja quasi eine Art Podcast in Apple Fitness Universum bei Apple und da gibt es zahlreiche neue Inhalte. Es kommt nämlich die dritte Staffel bald online. Da gibt es Leute wie den, lest es am besten selber nach, weil ihr wisst ja, Namen habe ich vorhin schon gesagt. Aber es sind ein paar sehr bekannte Namen aus dem Bereich der Comedy, aus dem Bereich der Politik, generell der Menschenbewegungen etc. Und natürlich auch Profisportler, die da ihre Geschichten erzählen, während ihr geht. Weil das ist ja auch eine sehr gute Möglichkeit, um Podcasts, Audio generell und solche Zeugs zu geniessen. Nicht mehr so ganz geniessen kann man bald Google Speaker, zumindest der neueren Generation, die auch Multiroom etc. können, denn Sonos ist ja schon länger am Klagen in Richtung Google und so wie es ausschaut. Zum einen haben sie ja in Deutschland geklagt, aber auch in den Staaten. In den Staaten ging es jetzt durch. Sie haben Patente verletzt, so hat zumindest das Gericht beschlossen. Fünf an der Zahl sollen es sein, die sie verletzt haben. Sonos selber sieht noch deutlich mehr verletzt und will da noch weitergehen. Aber fünf sind es. Was heisst das jetzt für euch? Es gibt Funktionseinschränkungen, sofern ihr natürlich solche Smart Speaker aus dem Hause Google nutzt. So könnt ihr nicht mehr alle Smart Speaker, nehmen wir an, ihr habt das ganze Haus miteinander verbunden, gleichzeitig ansteuern, was die Lautstärke anbelangt. Das geht nur noch auf jedem Boxen einzeln. Sehr, sehr doof, aber da hat sich Google anscheinend an einem Patent vergriffen, dass Sonos gehört. Und eben noch weitere Dinge, also da kommen noch ein paar kleine Einschränkungen mit dazu. Eines ist klar, an Patenten sollte man sich nicht vergreifen, nur wenn man sie bezahlt. Dennoch, Sonos wird mir immer, immer, immer wie unsympathischer. Aber das waren sie ja schon lange. Somit nichts Neues für euch. Ja, das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Anfang der Woche wird's noch ein bisschen ruhiger. Somit sollten Dailies kommen. Bis Ende der Woche kann ich nicht allzu viel versprechen, aber ich bleib am Ball, liebe HörerInnen. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.